Ich bin ready. Das ist schön für dich. So, wenn wir jetzt wieder die ersten beiden Runden schicken holen, dann deinstallieren wir das Spiel. Das war zu einfach. Das hast du jetzt gesagt. Hä? Bist du nicht in meiner Gruppe? Hä? Doch. Ah, ja. Man spricht nicht mit vollem Mund. Das ist unhöflich. Hast du keinen Sinn genossen? Der eine sagt die ganze Zeit, ich bin eine Schnecke, bitte folgt mir. Was? Warum sollte man einer Schnecke folgen? Ich weiß es auch nicht. So, du darfst es aussuchen. Ich sitze noch nicht mal im Flugzeug. Wie immer. Achso. Wie immer erste Runde. Du weißt doch wie es ist. Deshalb darfst du ja auch aussuchen. Guck mal. Ich seh's drin. Wie fliegt es denn, wo werden wir dann rausgeschmissen? Ganz ganz links George Pole. Aus Vital. Wohnen wir uns schon rausgeschmissen? Ja. Wohnen wir, ich hörs. Hören tu ich schonmal. Sehr gut. Sehen tu ich bloß noch nisch. Hm. Gar kein Problem. Wir kriegen ja nur 8 Tonnen runter. Naja, es sind halt alle die jetzt rausgeschmissen werden. Ja. Jojojo. Nein, ich seh immer noch nix. Tch. Oh Gott. Viele Leute hier. Ha. Schon einen ausgenommen. Ja. Und einen getötet. Mit meinem bloßen Fist. Du hast ihn gefistet, was? Ja. Das sieht man hier. Das geht jetzt hier nochmal irgendwas? Oder... Eher nicht so? Tch. Ich glaub eher nicht. Ja. Bei mir klingt das immer noch so, als ob ich praktisch nach außen fliege. Okay. Ah ja, ich seh's mal, du bist tot. Alter, was für ne Scheiß, ey. Warum ist das denn also? Keine Ahnung. Oder wenn wir erst so spielen. Ja gut, ich mein, sagen wir mal ehrlich, wirklich stabil ist das Spiel ja noch nie von Anfang an gelaufen und immer irgendwie... Also... Ja. Ja, das nervt ja jetzt grad ein bisschen. Na ja, ich kann mega schnell berücksichtigen. Nee, 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 nee. Wir starten ja jetzt quasi neu. Gott, endlich ist dieses Geräusch weg. Ungefähr so. Kannst du mittlerweile was sehen? Nee, ich hab jetzt, ich hab jetzt PUBG neu gestartet. Ach so. Aber eigentlich fragt er mich jetzt wahrscheinlich, ob ich, ob ich zugucken möchte. Ich hab grad noch zwei unter mir gehört, ich bin hochgelaufen und dann war ich aber keine mehr. Ach... Wahrscheinlich hat das Spiel gehört, dass wir es, äh, wenn wir jetzt chicken-Dingner holen, äh, äh, das der installieren wollen und deswegen hat's gesagt. Nö. Ja. Oh, ich hab grad noch einen Bug, der... Ja, da... Ich seh mal wieder die Häuser nicht. Oh, sehr gut. Ich glaub, er lädt die jetzt... Oder? Nee. Ach du, Alter. Wie gesagt, dieses Spiel, ne? Er ist direkt unter dir. Naja, nicht ganz. Jetzt... Genau, da... Links. Okay, jetzt... Die Häuser sind nachgeladen. Aber er war da, in den Räumen, ja. Ja. Kein Wallhack mehr. Da, links. Ja. Ah! Meinst du, er kommt hoch? Das wär sauwitzig. Aber ich glaub nie. Nächster unter mir. Ja, danke für die Info. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ach, wir sind sogar in der Zone, so ne Scheiße. Ich will nicht mehr lieben. Wir sterben. Vor allem, wie ihr das nicht mitbekommt, ne? Oh Mann, Dude. Naja, wenn er hier nach unten rauskommt, denn... Mach ich Kamikaze. Aber ist er denn allein? Ja, offensichtlich. Ja. Da drüben war eigentlich noch einer, aber ich glaub, den hat er umgebracht. Der müsste dann voll meine Schritte hören. Hm? Der ist rausgelaufen, ey. Oh, hi. Oh! Das ist aber ein anderer, ne? Ja. Ha! Ha! Ausgenockt! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Entschuldigung, aber das muss sein. Ah, das war sein Teammate da unten. Ah. Oho! Oho! Wo? Wo dat denn, Alter? Von den Häusern da, ne? Irgendwo? Würde ich jetzt mal schätzen. Müssen dat aber große Häuser gewesen sein. Ich mach erstmal hier einen auf den. Wahrscheinlich von da hinten, ne? So, wat hat denn der alles? So kann man auch lupen. Ja. Killerarm, Brusti. Dann lud ich mal noch den anderen. Mit der Gefahren, dass ich jetzt abgeschossen werde. Du hast jetzt lieber die 416 mitgenommen als die SKL? Jo. Da aus dem Fenster, links. Äh... Erste Etage. Hab ich's gesehen. Ricksack. Du fragst sich nur, ob er da immer was ist. Nope. Na komm. Zeig dich. Da. Wollt doch nur in Ruhe, in Ruhe looten. Ich weiß echt nicht was dagegen spricht. Ich hab nicht mal ein Dings. Ich hab nicht mal einen Brustschütze. Da. Oh. Einzuschissen. Hallo. Hallo. Ich bin's. Hallo. Ja, der wartet einfach nur, dass ich den anderen loote. Und ich will den looten. Ich will, ich will, ich will. Ich will den. Na, ist der. Oh. Sie sind aber auch gefährlich nah an. Oh. Hm. Tönt sich sehr nah an. Ist jetzt die Frage, wer wen getötet hat, ne? Ja. Aber hat er da nicht links schon wieder aus dem Fenster geguckt? Schaut jetzt grad so aus wie ein Helm, wie, wie, wie ein Level 2 Helm. Ja. Ja, ne? Ja. Also. Nice. Hihihi. Wo war der andere jetzt? Da, rechts. Ja. Ja. Da. Unten. In der Scheune. Hallo. Ja. Mensch, wie viel sind denn hier abgesprungen? Sind die alle doof oder was? Ah, ich will doch nur den Typen looten. Mehr nicht. Nur einen Typen looten. Darf ich jetzt lupen? Oder war das immer noch nicht der Typ? Hm, kann ich dir nicht beantworten Ich mach mal hier wieder ein auf den Die Zyveste Stufe 2 nehme ich auch AKM? Nö Aber 30 schon mal mitnehmen Falls ich eine K finde Oh, der hat ja eine Mini-14 13 natürlich Die möchte aber, dass du den Schicken-Dinner-Kill mit dir führst Meinem Wegen Wie viel Pfeile hast du noch? Oh, 8 Ja, gut, das reicht So, jetzt würde ich eigentlich gerne dieses Gebäude und den anderen noch lupen Ja, mach doch Ich glaube nicht, dass da noch einer ist Ich glaube, du hast da alle getötet Ich habe jetzt 5 Kills Ja, angebe Und der war ja auch sofort tot Das heißt, der hat keinen Teammate mehr, ne? Ja Boah, alter Ja, was hatten die denn schon alles, ey? Och, auch wieder Mini-14 Hm 1.000 5,56 Munis Ich glaube, du lügst Ich will nicht Ich glaube nicht, dass die 1.000 haben Ich würde hier noch droppen Ist egal, solange es nicht die Armbrust ist Ja, deshalb So 10 Erste-Hilfe-Kocher Da kann ich auch wieder zum Zum Haus Da habe ich wenigstens eine gute Übersicht Was manche aber auch dämlich sind, ne? Der weiß ganz genau Ich kann über diese scheiß Mauer gucken Ja Und, und, und Und gehen auf so ein offenes Feld hier Mit keinem Schutz Und stürmen einfach geradezu Meine sind auch Na gut, der andere hat sich aber auch nicht besonders clever angestellt Und Ja Äh Sich da hinzuhocken, wo Naja Äh, genau Wo er genau weiß, dass ich die ganze Zeit von da kam So, Maul auf den Pfeil Hätte ich wenigstens eine K von denen noch gehabt, ne? Aber nee Die Antenada Weil ich habe jetzt eine Vierersucher Einen Schalldämpfer für ne Scharfschützengewehr Vielleicht kannst du die auf die Armbrust drauf machen Ne, kann ich leider nicht Sonst hätte ich das schon gemacht Oh, ich habe jetzt ein Holo Auf meine schöne Armbrust Stimmt, hast du ja vorher nicht gehabt Nö So, Dings ist auch Max 241 Ja, siehst du Schon muss ich gehen Wait Stimmt kämpft da oben wieder eine Zu denen wege ich aber hier nicht gerade, da ist keine Übersicht Ja zu gehen aber sonst, es gibt sonst kein Gebäude Ach, der Funkmast ist nicht drin Aber warum überhaupt in dem Gebäude? Ich wollte gerne irgendwo zwei Etagen, weißt du, ein bisschen übersichtmäßig Weiß nicht, doch ich glaube, dass da hinten waren zwei Stücke Oh, da ist ein Auto Ah, siehst du? Ah, ein Zeug der G Kann ich ja das Auto nehmen Als ich schnell weg muss Oh 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 War das vom Haus aus? Ne, ich glaube nicht, das war von rechts Von Süden Ich glaube, war das Wenn du dann sagst Ja Also hier ist ein Schmerzmittel, ich glaube, das lässt keiner liegen Und ne erste Hilfe und das hier ist recht nicht Ne, ne Ne, außer zum Locken Ne Wie gesagt, ich glaube aus dem Süden Aus dem Süden Aus dem Süden? Aus dem Süden? Hm Okay, ich dachte, das wäre eher Nord-Osten-Osten Ne, ich glaube, die haben aus dem Süden auf dich geschossen Oh, noch ne erste Hilfe, Koffer Noch ne Mini-14 Ich weiß nicht, ich weiß nicht Oh, oh Ah ja, da Oh, wie viel hätte der aus? Mal Zeit Ah, verbindet sich, äh, verbindet sich grad Ah, wo ist der andere hin? Der müsste ja hier irgendwo gestoppt haben Genau da irgendwo Oh, die fällt sich ja noch schlimmer als ich dachte Wenn man so nach links geht Da kommt doch die Zone Na komm mal Ah, Schatz Ah, Schatz Xiang Mann 2003 Oh Mann 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 damit habe ich gerechnet damit habe ich nicht gerechnet ich glaube er aber auch nicht so richtig das war nicht geplant aus aber jetzt ist er gerade ausgelaufen ja gut jetzt hast du nicht mehr und das wird im ding senden containers ja oder oder halt ich da war zu fuß habe ich natürlich allen meine position offenbar aber gut ja mein gott ich erwarte sowieso nicht mehr dass ich irgendwas raus hallo aber wenn es nur noch fünf gegner sind dann armbrust action ja meinetwegen oh scheiße oh scheiße ich kann echt nicht zielen mit dieser das war schon ziemlich schlecht komisch sonst ist sie doch immer so steady ein bisschen feuer unter dem arsch machen ich glaube wir sind da beide ja ich glaube ja die sind aber in der zone oder her jedoch nicht wohl weiter zone da egal stopp 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 da klang grad wie schritte eigentlich meine sehr lustig oh man warum sind noch 24 am leben bei dem radios meine schönsten erste hilfe koffer konnte ich gar nicht einsetzen noch nicht aber ich hätte jetzt auch schwören können dass sie auf der anderen seite lang kommen ja ich dachte ich warte ganz cool so das da ist auch noch eine da ist ein Dings Das ist ja bloß die Frage, ob das schon gelootet ist oder nicht Ah, da ist auch noch einer Zappel doch nicht so, Junge Alter, das hätte ja wenigstens mal in die Luft fliegen können, das Ding Dit mein ich ja wohl auch Ach, bestimmt vom Gebäude da, wa? Oh, ich bin sogar in der Zone, oder Mensch? Ja, ja Ja, ich würde auch noch mal bisschen nach rechts gucken Weil die anderen beiden müssten ja da irgendwie auch noch kommen Ach ja, stimmt Das Problem, ich darf nicht zu weit nach oben hier Weil mich der andere dann sieht War das Boot eben auch schon da? Ich weiß es nicht Hm, ich würde es nicht beschwören Also so sehe ich erstmal keinen Da, 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 rechts an der Dings war einer Unten ist geschwommen Ja, 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 alles klar Da oben auch noch Unten ist geschwommen? Ja, ich glaube ja Unten ist, glaube ich, einer geschwommen Falls ich mich nicht total verguckt habe Das ist so kacke Da, da, siehste? Doch, da war ja noch einer Das sind zwei Stück Mal, das ist so kacke Mal, die Ficker Nummer eins Alter! Nummer 2 Wie diese Waffe hochverzieht, ne? Noch darfste nehmen Oh, da hinten Boah, ich bin so scheiße Links, links, irgendwo, ja Äh, stopp, zurück Ne, links Noch weiter Hab ich da eben Wo? Granaten? Ja, da, warte Ja, ja Nur ausgenockt Du bist immer noch in der Zone, auch in der nächsten, ne? Wo ist dein anderer Typ? Weiß ich nicht Da hinten ist noch Na, furzt doch, Junge Da, da läuft er Der andere stimmt vielleicht außerhalb? Denk an die Zone Denk an die Zone Denk an die Zone Da ist einer Das ist der letzte Na, den weiß ich ja, weil er sich zu tun hat Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Ja Also wenn du das jetzt packst, dann Ich, ich nenn die Folge Wilhelm Tell, ne? Ich seh ihn nur ganz schlecht Hä? Ich seh ihn nur ganz schlecht Hä? Der kann ich doch gar nicht treffen Oh, kommst du da nicht hoch? Da ist er Ja Denk dran die Zone kommt Die Zone kommt Du mir leid Oh, scheiße Ja, ja, ja Ja, ja, ja Tschö Du, selbst ich hab 600 gekriegt! Echt denn? Ja du, ey, du warst ja auch voll im Team mit dabei, ne? Von Anfang an. Alter, schon wieder was zum Schneiden. Ich bekomm zu viel Material, ey. Hab heut schon den ganzen Tag geschnitten. Alter, war das eine fette Runde, Junge. Nicht schlecht. Ich geh jetzt trotzdem schnell eine rauchen. Ich wär ja gern früher gegangen, aber es war einfach zu spannend. Bis gleich. Ja. 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 Ah blöde Füße Guck, das ist aber mega netz Hm Vor allem der Typ, der grad eins gegen eins noch gegen mich war, war so dämlich Der hat mich die ganze Zeit gesehen, der hätte einfach nur zu berichten müssen Stattdessen hat er einfach gewartet, um sie in der Zone verringen Wollen wir mal hier hinten hin Mal gucken, ob auf dem Auto da ist dann Ja, auf dem Auto ist Standard-Tubes Ah, okay, naja gut Das ist eh Okay, da sind aber noch ein paar Leute Joa, ah Ja Die darfst du diesmal töten Was? Die darfst du diesmal töten Jaja Weiß bloß nicht in den vorderen oder in den hinteren Bereich Äh, hinteren Wo der hin ist Ja, ich weiß nicht Da wo der hin ist Ja, der eine kommt hoch zu dir Dann komm ich hoch zu dir Oh, der geht aber abseits, ne, oder? Ne Geht der Typen? Ah, doch zu mir Er ist auf dem Dach, ja Ja Hab ihn ausgenockt Die 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 Jetzt füllt er nur noch sein Kumpel, wa? Ja Keine Ahnung aber wo der ist den habe ich aber auch nicht abspringen gesehen da ist doch schon eine dieses spritzen dieser spritzen sound ist so befriedigend da jeder wie er mag da war der erste direkt vor mir in dem haus südost süden südosten ja daher er hat kraft kommt zurück ach so ja wie hat er diese granate so werfen können dass sie in der luft noch explodiert ich höre nicht ich habe die ausgeschaltet ich bin so easy ich bin so easy ich bin so easy ich bin so ein bisschen I killed you No? No? Okay Okay, you're great, man GG I'm so sorry Hä? Wofür sorry? Hä? Der Che Wait, erzähl It just said Oh, you killed me, but I had only a pistol You're mad, bro? You're mad? Oh, nee Ja, komm, hier hat er ne Granate denn Ich will hier jetzt nicht schon wieder alleine Was kannst du vergessen? Wo ist ne Granate? Wenn man sie braucht Kann ich mich mit ne Rauchgranate auch umbringen? Nein Vor allem, du hast ne Gasmaske auf Ach Ja, aber obst du auch den Energy Drink noch aufnehmen? Ja Damit keiner meine Leiche looted hier Du bist eh außerhalb der Zone und andere ist da nicht Ja, na, ich will mich da eh irgendwo Widerki Aurr Urr gems es uju an irgendwie sein ja Böser Himmel Oh ne Pfanne, die muss noch mit Und noch ne Energy Drink Ich hab die Schalldämpferon da Was ist da? Jetzt noch alles verschießen Total schwul Schön links, rechts Der voll nervig Die erste Lippe Dinger versteck ich hier noch So Hallo 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 Ja Ja Äh Hä? Oh, haben die das jetzt rausgenommen? Siehst du das? René? Jaja, klar sag ich das Wieso extrudiert die nicht? Ich hab die Dings schon gezündet Was ist das? Das ist ja doof Die haben das rausgenommen Na dann, drauf Hä? Na Wolltest du sagen Schon als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass du gleich suizidal bist Das ist schön Warte So So, jetzt aber eine vernünftige noch Oh, jetzt wo du das gesagt hast, jetzt streng ich mich an Ja Im Gegensatz zu sonst Unter dem Wie ein Der brüllt gerade einer herum Vor FPS, Bitches Ich weiß nicht, ob man da so stolz drauf sein sollte Ach Ja, geht aber fast ein bisschen zu nah Der brüllt gerade Oder hierher wieder Ha, klar. Jump, 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 jump. Ich höre nichts mehr. Oh, den Gruber? Ja. Oh ja, ich sehe schon viel. War aber zu erwarten. Ja. Oh, die verpisse sich aber gerade mal rechts. Ah, wo geht's denn? Wo geht's denn? Ach Gott, du gehst ja an die andere Ecke. Oh ja, kriegen wir schon irgendwie hier. Wow. Was denn? Was hat denn der schon intus, Junge? Oh, jetzt zistern die mich gleich hier. Du hast schon Gesellschaft? Na, die beiden, die hier runtergesprungen sind, ja. Oh, ich habe hier noch gar nichts gefunden. Oh, ich habe hier noch gar nichts gefunden. Na, ich ja auch noch nicht. Ich kämpfe mit der Pistole. Wenn die mich jetzt stören, bin ich am Arsch. Ich glaube, da tun die auch gleich. Wie ist der hier hochgekommen? Hä? Hä? Der hat gecheatet. Wie? Hä? Ja. Also das ist ja wirklich ein Cheat. Wieso denn? Ist er von oben gekommen, oder was? Ja. Vor allem, der ist keiner von unten reingekommen. Hä? Ist der vielleicht vorher auf dem Dach gelandet? Nee, 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 nee. Der war ja linkes Gebäude komplett von mir und der andere war ja gerade zu. Und ich war die ganze Zeit oben. Ich war eine Etage gerade tiefer und jetzt kamen wir von oben. Ey, benutzt du nicht meine Taktik? Na, ich habe mich raufgelegt. Du hast drauf gestaltet. Das ist aber ruhig, äh, weitermachen, Cut. Das ist doch Quatsch. Wir haben gesagt, eine ordentliche Runde für beide. Top 10, mindestens. Oh Gott, Alter. Muss doch hier raus. Vor allem ist es auch immer witzig. Man sagt am Anfang der Runde, ja, das wird ja sowieso nichts. Lass töten. Und dann wird man der Erste. Das ist mir noch nie passiert, aber gut. Na klar. Letzte Runde. Also voll letzte. Ja, hä? Oh Gott, hier hat einer französischen Hip-Hop an. Französischen Hip-Hop ist gay. Hey. Oh, das ist ja sehr voll schön. Gay. Ja, wohin? Philipp? Der Typ sagt, hey, du mein Freund. Philipp! Ja. Flirte doch nicht mit den Franzosen, Mensch. Ich weiß nicht, wenn dann erkläre ich nicht. Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten. So, geht's so raus oder was? Das ist ja so. Frankreich fahre ich nur. Ah. Nee, muss ich gut. Ich gehe freiwillig zur Küche. Das hätte ich hier nie gedacht. Aber hier ist doch bestimmt alles voll, oder? Mal gucken. Oh, bis jetzt nur drei. Vielleicht vier. Oh, direkt auf dem Dach, direkt auf dem Dach. Komm, 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 komm. Nein. Oh. Ich fall schön runter, ey. Oh, ich hab ne Pan. Tag ist gerettet. Ja. Tief. Sonst nur Scheiße und keine einzige Waffe, aber... Ja. Toll. Und vier Resort. Ah, fuck. Scheiße. Ach, Mann. Da hinten war er. Ja, der Kipp. Alter, ich hab ihn noch gehittet. Ich glaube, er spricht mit mir, aber ich hab's ausgeschaltet. Oh, warte mal. Dann komm ich mit der Pan. Ja, komm mit der Pan. Kannst du irgendwie mit ihm reden? Nee. Nee. Ach, ich tue dich an. Er ist oben. Okay. Ich bin der einen Busch. Ich kann niemand sehen. Hä? Hä? Was hatte der denn als Waffe? Äh... Äh... UMP? Nach mir. Ich weiße. Oh! Hahahaha! 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 Er hat auch französisch geflucht. Ja, das war der bestimmt mit dem Hip-Hop auch noch. Hahaha! Ja, genau! Ich glaub, wir sollten das für heute hier beenden. Hahaha! Hahaha! Komm, eine Runde noch. Okay. Ach, die Abschiedsrunde. Aber gar nicht im Schluss. Jaaa. Die wird eh nicht lange dauern, von daher. Das glaub ich auch nicht. Können ja eher viel draus sprechen. Nein. Nein. Ha! Niiiit! Warum spielen wir eigentlich mit Franz Zona? Können die keine eigenen Server machen? Der eine sagt, you have a nice ass, und der andere, don't touch me! Kannst du mich aufhören? Einer fragt gerade, ob einer zum Schelter geht. Und alle, yes, 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 yes. Ich bin mal aus Tradition für... Ich werde zwar ein bisschen eng werden, aber... Und wir sollten auch langsam raus, jetzt praktisch. 3, 2, 1, jetzt. Ach, Schaf, wie easy. Klar. Danach wieder da nach außen zu den anderen 12 Folger, die da stehen. Ja. Oder ich gehe schon mal vor zu der Farm, gar nix. Das ist ja auch immer gut in Ruhe. Ach so, ja, genau. Du oder ich. Kannst du die Häuser übernehmen, oder? Ich gehe links zu den 2 Grünen. Aber ich habe die zuerst gereicht. Kann man jetzt schon den Fallschirm lösen? Das wäre voll witzig. Ich will es aber nicht probieren, weil das könnte mal eine vernünftige Runde werden. Ja, weil... Niemand ist in der Nähe. Ach so, du gehst jetzt schon zu den Häusern. Hä, das war doch gerade die Frage, oder nicht? Ne, ich dachte jetzt dann... Ja. So, kapiert. Naja, wenigstens schon mal ein Rucksack. Hier war schon einer und hat alles gelootet. So wenig wie hier drin ist. Das wäre leicht krank, findest du nicht? Vor allem so schnell. Ich habe einen Zweiersucher. Dann kann ich einem die Augen ausstechen. Wieso? Weil der spitz ist? Ach. Wat? Das müssen auch arme Schweine sein, die dann Level 99 werden, oder so, ne? Oh, Maschinenpistole. Ja, vor allen Dingen, das war ja lange Zeit eine Strategie zum Punkte- oder ist es glaube ich immer noch zum Punkte-Farm, ne? Du bleibst halt einfach im Dings drinne und fliegst raus. Du bist hundertprozentig nicht 99. Ah, das stimmt. Weil die, die alle die früher abspringen, da sind ja schon... Ich meine, teilweise ist es ja mit uns schon so. Wenn wir landen, dann sind vielleicht schon welche tot. Ah ja. Das stimmt. Rucksackstufe 1 ist hier noch, falls du brauchst. Nö. Alter, wat war dat denn? Alter. Schiefer Nieser. Au, ich habe schon mal eine Maschinenpistole und total viel Muni. Kann ich schon mal Gas geben. Wenn Auto kommt, überlebt das nicht. Splittergranate. Oh! Das sieht man ja auch mal selten hier. Militärweste Stufe 3. Das ist nice. Hier ist noch eine Helm Stufe 2 dann. Habe ich auch schon. Neu. Neu. Ich bräuchte nur mal ne oldige Wache. Die fehlt bis jetzt. Tasi. 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 Kannst du glaube ich schon mal zu den Bauern häu... äh quatsch zu den anderen häusern. Der fertig spisst. Ach, ach, kein Mö. Ach, ach, kein Mö. So, zurück zu den. Ach. Ach, woher ist es denn? Ach, woher ist denn? Weg doch. So, ich sollte aufhören Maschinenpistolen Muni zu... aufzunehmen. Ich hab 300. Ich finde das reicht nicht. 5,56 bin ich jetzt gebrauchen. Oh, ein Vierer wie sie. Da kann ich doch meine... Dings mit ausrüsten. Hast du da bei dir irgendwo ein Auto gesehen? Nope. Nur ein kaputtet. Gut. Äh, Westest Stufe 2 hier auch noch? Habe ich auch schon. Nice. Ja, eigentlich lohnt sich das nicht mehr zu den Häusern hier hinten. Wir haben nur noch 10 Sekunden, bis die Zone anfängt. Ja, aber... Ja, aber... Ja, und vor allem ohne Auto, also mit Auto oder Fahrzeug hätte ich gesagt, okay, aber... Ach, schnauhele. Und auf deinem Bauernhofweg da war auch kein Auto da. Ne. Krass. Ist ja auch mal selten. Wo bist du hin? Ich such gerade nur nach dem Auto, aber... Ist gerade schwer. Nur kaputte Wagen. Hm. Ne, hier ist nichts. Den heißt es wohl laufen. Schade, ich hätte gerne noch das Dorf mitgenommen. Ja. Ich kann dir auch noch ein paar Sachen abgeben. Erst einen Hilfe-Koffer kann ich dir noch geben. Abgewinkelten Handgriff. Hast du irgendwas für eine MP aufgenommen? Ne, ne? Ne. Dachte ich mir schon. Alter, weit und weit kein Fahrzeug. Selbst wenn ich hier über den Berg gucke. Mit dem Vierer gesehen. Das ist echt traurig. Ich sammle schon wieder Splittergranaten. Nee. Und Energy Drinks. Bei euch ist das ja morgen noch ein Feiertag, ne? Ähm. Nordosten 30. Durch die Stadt läuft da gerade einer. Der andere ist ungefähr, ja, 200 Meter hinter ihm. Ja. Ja. Die rennen genau in die gleiche Richtung wie wir. Können wir rein theoretisch abfahren. Ja, laufen die rechts an der Kirche vorbei, oder? Naja, eigentlich so mitten aus dem Dorf hinaus. Ja, ich seh, ich seh, ich seh sie. Ja. Was hast du als Waffe? M416. Und AKM. Interessant. Hm. Okay. Wo sind die jetzt? Ich glaube, die sind rechts an der Kirche vorbei. An dem Hügel zumindest. Also an ihnen. na komm dann geh ich das hier noch kurz looten alter ich will keine fucking splittergranaten mehr eh kann hier schon wieder 5 stück aufsammeln ja weiterbares magazin für die maschinenpistole hier liegt noch eine pan drin falls du sie brauchst ja du hast sogar jetzt 50 schuss mit der maschinenpistole erste stufe 2 und sowas schmerzmittel alter ich musste nachher energien rings abgeben ah vom haus pass auf bombenzone bei uns ich würde dir gerne noch was abgeben aber der bombenzone lege ich mich nicht wieder an zum glück ist die zonen nicht so weit weg so lass mal inventur check machen hier wie viel erste hilfe koffer schmerzmittel energy drinks ein koffer ein energy drink oh na dann hab ich segen brauchst du noch irgendwelche suche oh wer ist denn der naja einen vierer oder so hast du ja nicht übrig wahrscheinlich ne aber rotpunkte und zweier ne rotpunkte habe ich selber zweier mag ich nicht bei mir sind hier welche ein aus das sind beide beide tot nice waren vielleicht die von der kirche oh vierer sucher nice achter sucher noch viel nicer achtung von hinten kommen sie pass auf pass auf richtung bei dir ein ausgenockt der andere kommt auch er ist unten bei dir drin ok belebt wahrscheinlich den anderen wieder habe sie beide oh gott im stufe drei ohne mini 14 alter ach komm was soll der geiz na was soll der geiz na was soll der geiz also wenn du noch erste hilfe koffer brauchst ich habe hier mehr als genug 7,62 mini auch mehr als genug noch mal ein vierer sucher gut du brauchst wahrscheinlich nicht ne ne ich habe jetzt ich bin versorgt auch mit munition alter ich habe 280 5mm munition vor ohne kommt nein ich habe vergessen nach zu lernen sch ... Oh, das war auch schon wieder nach. Eine Bahn. Oh, Alter, von wo, von wo? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, direkt hier im Nordwesten. Äh, hinter den Felgen. Ja. Scheiße. Oh, Mann. Ah, direkt reingelaufen. Dumm, dumm, dumm. Hallo, Zone. Ah, gut, ich kann den jetzt mal aushalten. Ja, die müssen auch weiter. Ja. Leider siehst du die nicht von da. Na, vor allem kann ich jetzt noch nicht mehr zielen, ne? Ich sehe die nicht. Da, da, da stand doch gerade einer. Oh. Na, jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr, aber der stand halt, der stand da an meiner Leiche. Ja, da bin der direkt vor der Scheune. Paar, so, zehn Meter vor der Scheune. Okay. Alter, was sind das denn für... Wo denn? Ja, von weiter rechts. Weil sonst hätte ich ja nicht treffen können. Da. Ach, da, am Baum. Na, den scheint sehr gut zu gehen. Ach, da. Oh. Meine Dings. Paar rettet Leben. Ah. Ja, gut, aber, ja. Alter, wie lange haben die das ausgehalten, bitteschön. Vor allem wenn sie dauernd nur am schießen waren, ey. Und jetzt lootet er mich auch noch. Sind ich nicht ganz dicht? Ah, er weiß nicht, wo man gleich ist. Haha. Schwachkopf. Ja, das war's aber jetzt. Ja, ja, gut. Hatten schon schlechte Ruhrunden heute. Ja. 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 Alex